Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderplanung für Arminia Bielefeld. Der Absturz von Arminia Bielefeld ist ja in Fußball Deutschland mit nahezu gar nicht zu vergleichen. Es ging damals hoch in die Fußball-Bundesliga, man konnte dann ein Jahr auch dort in Klassenheit feiern. Dann folgte der Abstieg in die zweite Liga, das Durchreichen in der letzten Saison in Liga 3 und dann gab es im letzten Sommer den großen Neuanfang. Bis auf Fabian Kloß sind ja da alle Spieler gegangen. Es sollte ein Neuanfang entstehen, ein Neuaufbruch natürlich auch dann für positive Schlagzeilen sorgen. Aber nun ein gutes Dreivierteljahr später füttet man sich wieder im Abstiegskampf der jeweiligen Liga wieder. Das Team von Kniat zeigt einfach nicht konstante Leistungen. Man steht auf Tabellenplatz 15 und hat gerade mal zwei Punkte Vorsprung auf Platz 17. In Liga 3 gibt es ja 20 Teams und die letzten vier steigen direkt ab. Es ist somit eine sehr verzwickte Situation. Spiele wie zum Beispiel vor zwei Wochen gegen den BVB 2, wo man gewinnen konnte, sorgen für eine gewisse Zuversicht. Und trotzdem wird es, glaube ich, eng bleiben bis zum Schluss. Trotzdem planen wir jetzt mal hier heute das Szenario, wie sich der Kader verändern muss, wenn Bielefeld den Klassenerhalt schafft. Denn natürlich hat man mittelfristig das klare Ziel, in die zweite Bundesliga zurückzukehren. Und in Liga 3 kann es eben auch mal sehr schön in beide Richtungen gehen. Das heißt, wenn man den Klassenerhalt schafft, im Sommer die richtigen Schlusse aus der aktuellen Saison zieht, dann ist sicherlich auch im nächsten Spielzeit direkt mal was drin. Somit planen wir heute mal den Kader von Bielefeld komplett durch. Wir blicken auf jeden Spieler, wer könnte gehen, wer könnte bleiben, wo braucht es dann Neuzugänge. Und abschließend blicken wir auch dann mal auf die neue Startelf der nächsten Saison. Los geht's mit der Kaderplanung für Arminia Bielefeld. Wer das Format von euch schon kennt, weiß, dass wir uns jede Position des Kaders einzeln anschauen. Dort auf die aktuelle Besetzung blicken, auf die möglichen Abgänge und die dann potenzielle Zusammensetzung für die kommende Saison. Im Tor hat ja Kniat drei Keeper zur Verfügung mit Jonas Kersken, Leo Oppermann und Jona Busse. Auch das war so mit einer Position, wo man im vergangenen Sommer komplett umbauen musste. Und Jonas Kersken wurde ja dann als neue Nummer 1 geholt. Er ist in der Leihgabe aus Borussia Mönchengladbach und zeigt, finde ich, auch okaye Leistungen. Also ich habe einige Spiele von ihm gesehen, wo er wirklich wackelig war. Andere waren dann vor allem auch auf der Linie unglaublich stark. Und ich finde schon, dass Jonas Kersken die Qualität hat, in Liga 3 ein guter Keeper zu werden. Und da musst du eben jetzt mal im Sommer so ein bisschen gucken. Denn eine Kaufoption hat die Arminia nicht. Beim Borussia Mönchengladbach sehe ich allerdings auch keine wirkliche Zukunft für ihn. Und das heißt, man hat hier sicherlich die Chance auf eine weitere Ausleihe. Vielleicht hat man aber auch die Chance, ablösefrei sich einen Keeper zu holen, der vielleicht nochmal etwas besser ist. Und deswegen glaube ich, wird Kersken erstmal zu Gladbach zurückkehren. Damit brauchen wir natürlich dann hier eine neue Nummer 1. Wie gesagt, vielleicht bleibt Kersken auch. Er hat in Gladbach noch einen Vertrag bis 2025. Sprich, er kommt entweder für einen ganz, ganz niedrigen Preis oder verlängert dort und wird nochmal verliehen. Wenn nicht, braucht es auf jeden Fall einen neuen Keeper. Und ich finde schon, dass der Markt dort Möglichkeiten hergibt. Vor allem auch im ablösefreien Bereich, wo man wirklich nochmal, ja vielleicht sogar einen Schritt direkt nach vorne machen kann. Und somit planen wir also hier mit einer neuen Nummer 1. Leo Oppermann wurde vom Hamburger SV ausgeliehen. Gilt dort als Talent in den vergangenen Jahren schon. Und sollte somit in Bielefeld den nächsten Schritt gehen. Was aber auch klar ist, vor allen Dingen auch bei Torhütern ist das Thema Spielpraxis umso wichtiger. Und Oppermann hat nur im Westfalen-Pokal gespielt. Also, Stand jetzt profitiert von dieser Laie eigentlich keiner so wirklich. Und er wird auf jeden Fall wieder gehen. Dann ist natürlich auch ein neuer Ersatz-Torwart nötig. Ich finde hier dann, je nachdem, wer die Nummer 1 wird, auch einen erfahrenen Keeper gar nicht mal so verkehrt. Sprich, jemanden, der die Rolle akzeptiert als Nummer 2 und immer da ist, wenn er gebraucht wird. Jonah Busse ist ja dann aktuell die Nummer 3. Er gilt als Talent mit seinen 18 Jahren und spielt oftmals eben dann in der U19. Ich denke mal, als Nummer 3 wird er erstmal bleiben und eben dann dort im Jugendbereich auch weitere Einsatzzeiten bekommen. Also, bereits im Tor werden wir auf jeden Fall hier in Bielefeld einiges zu tun haben. Zwei Keeper gehen, zwei Keeper kommen. Wo wir auch viel zu tun haben, ist die Innenverteidigung. Denn dort sind im letzten Sommer vier Spieler gekommen. Und es ist durchaus auch eine Problemzone unter Kniat, denn man kassiert deutlich zu viele Gegentore. Wir haben aktuell Semih Belkahia, Maximilian Großer, Leon Schneider und Gerrit Golke. Blicken wir erstmal auf Belkahia, der im letzten Sommer von 1860 München gekommen ist. Ein erfahrener Innenverteidiger, der als Abwehrchef eingeplant war. Zuletzt allerdings im Januar gespielt hat. Ich denke mal schon, dass es sich auch Möglichkeiten gibt, ihn im Sommer wieder abzugeben. Dann wird das auch passieren. Denn so richtig angekommen ist Belkahia in Bielefeld nicht und sollte eigentlich eine deutlich größere Rolle spielen. Somit hätten wir dann hier auch einen Kaderplatz freigemacht. Was bedeuten würde, wir hätten die Chance auf einen neuen Innenverteidiger. Denn es braucht hier wirklich dringend Verstärkung. Es braucht nochmal einen Ticken mehr individuelle Qualität. Das heißt, hier ist auf jeden Fall auch dann ein Stammspieler gesucht. Stammspieler in der Innenverteidigung ist ja aktuell unter anderem Maximilian Großer, der im vergangenen Sommer aus der HSV-Jugend gekommen ist. Er hat die ersten Wochen ein bisschen gebraucht, um wirklich anzukommen. Ist aber seit Oktober absolut gesetzt. Und hat, finde ich, auf jeden Fall noch weiteres Potenzial. Sprich Großer planen wir auf jeden Fall hier logischerweise mit ein. Leon Schneider ist ja im vergangenen Sommer von Köln 2 gekommen. Spielt, finde ich, eine solide und gute Saison. Kommt noch 25 Spielen in Liga 3 und bildet eben mittlerweile das klare Innenverteidiger-Duo mit Maximilian Großer. Er hat sich festgespielt, wird vielleicht dann im Sommer nochmal neue Konkurrenz bekommen, aber bleibt auf jeden Fall auf der Alm. Gerrit Golke kam ja von Mannheim, sprich von einem Verein, wo auch schon die dritte Liga sehr gut kennengelernt hat. War auch erst gesetzt an den ersten Spieltagen, auch oft mal zusammen mit Belka hier. Hat aber dann noch seinen Standplatz zügig verloren und könnte auf jeden Fall gehen. Das heißt, wir würden hier zwei Kaderplätze freischaffen in der Innenverteidigung. Platz schaffen für eine dann auch weitere Alternative. Und somit glaube ich schon daran, dass auch durch solche Transfers die Innenverteidigung und damit auch die komplette Abwehr verstärkt werden kann. Zu einer jeden Abwehr gehören aber logischerweise auch die Außenverteidiger. Auch die sind allesamt im letzten Sommer neu gekommen mit Christopher Lannert, John Oetschgan und Luis Oppi. Blicken wir erstmal auf Christopher Lannert, der ja von 1860 gekommen ist, aber auch schon zuvor in Verl mit Knie hat ein paar Monate zusammengearbeitet hat und auch absolut gesetzt ist. Er hat ja auch oftmals die Kapitänsbinde getragen, wenn Fabian Klos nicht in der Startelf stand und ist einfach, weil er auch auf beiden Seiten spielen kann, ein unglaublich wichtiger Außenverteidiger. Lannert hat gerade mal ein Spiel verpasst, spielt eine Schlüsselrolle und nimmt die auch in der kommenden Saison ein. John Oetschgan ist ja von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft zurückgekommen nach Bielefeld und nimmt aktuell so ein bisschen die Rolle des Rotationsspielers an. Er hat zuletzt dann doch schon relativ wenig gespielt, aber ich denke mal als Ersatz bleibt auf jeden Fall wichtig und somit auch an Bord. Luis Oppi war ja aus der Jugend von Hannover 96 gekommen, war dort in der Regionalliga ein richtig starker linker Innenverteidiger einer Dreierkette und musste sich somit schon noch erstmal an seine neue Rolle gewöhnen als Linksverteidiger einer Viererkette. Er ist einer, der finde ich schon auch einen richtig guten Abschluss mitbringt, aber vor allem auch im technischen Bereich nochmal Schritte gehen muss. Seine Leistungen sind solide, er macht das okay, ich denke mal er bleibt auch an Bord und trotzdem brauchen wir hier nochmal einen neuen Linksverteidiger. Ich denke mal, bei den Außenverteidigern muss sich nicht allzu viel ändern, da gibt es glaube ich auch gar nicht mal so die Herangehensweise viel machen zu wollen, aber ein neuer Stammspieler für die linke Seite wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Einfach nochmal ein kompletterer Spieler im Vergleich zu Oppi, ein Stammspieler, womit man eben auch dann Landert ganz fix auf rechts einplanen können. Abgänge wird es somit hier nicht geben. Das Herzstück einer jeden Mannschaft ist das zentrale Mittelfeld und wenn du natürlich dann dieses Komplettumbau musstest, nur neue Spieler mit dabei hast, dann braucht das eben auch ein bisschen Zeit. Er hat Knie hat über die Monate hinweg auf jeden Fall einiges ausprobiert, verschiedene Varianten gewählt und mittlerweile sieht man eben schon, welche Spieler bessere Karten haben und welche schlechtere Karten haben. Aktuell haben wir jetzt hier Marius Wörl, Sam Schreck, Mehl, Korbos, Nassim Boushelab, Mehl, Biancardi und Kaito Mitsuta. Ich hoffe, ich spreche alle Namen richtig aus. Die meisten Spiele von Bielefeld, die ich gesehen habe, habe ich meistens im Stadion gesehen, sprich Fernsehkommentatoren, habe ich gar nicht mal so krass mitbekommen, deswegen hoffentlich passt das auf jeden Fall alles ganz gut. Blicken wir erstmal auf Marius Wörl, eine Leihgabe aus Hannover, der sich in den letzten Monaten vor seinem Wechsel zu Hannover bei 1860 München ins Visier gespielt hat von mehreren Zweitligisten Hannover zugeschlagen und ihn dann erstmal in der aktuellen Saison bei Bielefeld geparkt. Er ist ein unglaublich starker Sechser, der finde ich in Liga 3 auf jeden Fall schon gut funktioniert und auf jeden Fall das Zeug hat für die zweite Liga. Ich glaube auch deswegen wird er nicht zu halten sein und Bielefeld wieder verlassen. Wenn das passiert, braucht es auf jeden Fall einen neuen Sechser, der möglicherweise auch das Zeug hat, direkt Stammspieler zu sein und natürlich gibt es auch dort interne Varianten, den Kaderplatz irgendwie zu übersetzen mit zum Beispiel Henry Obermeier, den endgültig hochzuziehen und auch Tom Gerkens, der aktuell verliehen ist, aber ich finde schon, dass hier nochmal ein neuer Externer her muss. Sam Schreck ist ja von Auge gekommen, hat noch ein weiteres Jahr Vertrag und stand auch meistens in der Startelf, deswegen für mich auf jeden Fall eingeplant, könnte auch nochmal umso wichtiger werden, wenn eben dann Wörl weg ist. Mael Corbos ist ja ein Winterneuzugang, der aus Verl gekommen ist und natürlich auch damit Keniat schon sehr, sehr gut kennt. Er ist in Liga 3 ein wirklicher Top-Spieler, der vor allem auch in Verl unglaublich gute Score-Werte hatte. In Bielefeld spielt er einen Ticken defensiver, mit seiner Erfahrung ist er wichtig und ist auf jeden Fall auch damit weiterhin ein klarer Schlüsselspieler. Nassim Bouchelab ist ja ein Kreativspieler als ehemaliger Schalker, was mir noch durchaus bewusst gewählt, einen Schritt erstmal zurückzugehen in seiner Karriere. Ah, doch er ist so ein bisschen schwankend unterwegs. Also ich finde schon, dass Bouchelab ein Spieler ist, der Bielefelds Offensive was geben kann, aber da muss dann auch nochmal so ein weiterer Schritt her, um wirklich auch wichtig genug zu sein. Er wird natürlich auch ab und an mal von kleineren Wehwehchen zurückgeworfen, er muss sich steigern, bleibt aber erstmal an Bord. Mabel Biancardi ist ein Top-Spieler in der aktuellen Saison, legt eine Top-Saison hin mit 8 Toren und 5 Vorlagen in 26 Ligaspielen und ist natürlich auch dann noch flexibel einsetzbar. Meistens spielt er als Zehner, manchmal kommt er aber auch über die Flügel, ein Top-Neuzugang, der auf jeden Fall eine wichtige Rolle weiterhin spielen soll. Mit Kaito Mitsuta haben wir nicht im letzten Sommer noch einen spannenden Mann aus Mainz geholt, ist ein spannender junger Spieler, ein Kreativspieler, technisch wirklich gut mit bereits neuen Scourern und ich glaube auch er wird dann in der kommenden Saison auf der Alm den nächsten Schritt gehen. Wenn man sich dann das Mittelfeld so anguckt, haben wir eigentlich jede Position 6er, 8er, 10er irgendwo doppelt besetzt. Ich fände trotzdem, dass eine weitere Ergänzung nicht so verkehrt wäre, aber wird es erstmal hier erstmal nur mit einem neuen Saison geplant, weil die Priorität dann auch erstmal auf anderen Positionen wichtiger ist. Und damit kommen wir zu einer Position, wo es eben Veränderungen im Sommer geben wird und finde ich auch geben muss, auf den Flügeln. Aktuell haben wir dort sechs Möglichkeiten, plus natürlich auch noch Biancardi, der dort einige Male gespielt hat, mit eben Niklas Schibnowski, Norjoel Sarenren-Bazee, Aigen Yildirim, Leandro Putaro, Monjo, Mumulu und Lukas Kiewit. Gehen wir mal die ganze Geschichte von links nach rechts durch und starten somit mit Niklas Schibnowski. Der kam ja im letzten Sommer aus Düsseldorf, nachdem er sich in Liga 2 nicht so richtig durchsetzen konnte, war schon auch die klare Erwartungshaltung. Das kann ein Unterschiedsspieler sein. Er hat aber auch dann nach ein paar Wochen seinen Stammplatz verloren. Er ist aber, finde ich, auch ein Spieler, der ganz gut auf beiden Seiten funktioniert, rechts wie links. Und ich mag ihn auch generell als Spielertyp. Das heißt für mich, Schibnowski bleibt an Bord, aber auch da steckt noch mal ein Ticken mehr drin, als das, was er in den letzten Wochen von ihm so gesehen hat. Norjoel Sarenren-Bazee ist ja dann auch aus Liga 1 gekommen sogar im letzten Sommer. Hat er dann auch ein paar Wochen gehabt, wo er sich festgespielt hat, unter anderem auch in einem Spiel gegen Ingolstadt drei Tore vorbereiten konnte. Und dann hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Es ist schon wirklich der Wahnsinn bei Sarenren-Bazee, was er für Verletzungspech hat, weil grundsätzlich ist das ein richtig guter Flügelspieler, der, glaube ich, auch die Qualität hat, Bielefelds Offensive extrem zu beleben. Er hat seinen Vertrag aber auch während seiner Verletzung schon verlängert. War auch ein starkes Signal der Arminia. Er wird richtig angreifen wollen in der kommenden Saison. Bleibt nur zu hoffen, dass er auch tatsächlich fit bleiben wird. Eigün Hildirim kam ja aus Regensburg. Auch er war zu Saisonstart, auch meistens mit Schibnowski als Flügel-Duo noch als Stammspieler mit dabei. Die letzten Wochen, Monate hat er dann allerdings wenig gespielt und darf, finde ich, auch deswegen gehen. Sprich, mit Hildirim hätten wir hier dann auch den ersten Abgang. Generell finde ich nämlich auch, dass auf den Flügeln schon nochmal Nachholbedarf herrscht. Die linke Seite ist da einfach nicht gut genug. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall einen neuen Stammspieler, der ihm auch dann einfach die Offensive nochmal auf ein weiteres Level, auf ein anderes Level, auf ein besseres Level heben kann. Leandro Butaro ist vielleicht jemand, der das hätte sein können, aber es auch nicht so richtig im Bock kommen hat bislang. Leihgabe aus Osnabrück, der nicht über die Rolle des Rotationsspielers hinauskommt. Er wird auch wieder gehen. Die Leihe endet ja im Sommer. Wenn wir dann schon mal im Leihspieler sind, reden wir auch über Monjo Momolu, der von Hannover 96 im Winter ausgeliehen worden ist. Ich finde, Momolu zeigt auf jeden Fall ganz gute Ansätze, hat sich jetzt aber auch die letzten Wochen verletzungsbedingt ja nicht weiter zeigen können. Und deswegen geht er erstmal zurück zu Hannover. Eine Leihe Verlängerung würde ich aber gar nicht mal so unrealistisch erachten. Da hätten wir auch dann durch Butaro Momolu noch einen weiteren Kaderplatz frei. Ein weiterer Flügelspieler wäre somit hier gesucht und da würde ich dann einen Herausforderer holen, für ihn auch dann die linke Außenbahn. Mit Lukas Kiewitt auch dann noch einen Eingewächs, der bislang noch ohne Eingewächs ist in Liga 3, aber auch gesetzt ist bei der U19. Er ist halt gerade mal 17 Jahre alt, hat Potenzial, hat einen auslaufenden Vertrag, den ich auf jeden Fall verlängern würde und somit hätte man auch hier in der Kaderbreite genügend Möglichkeiten. Und dann bleibt noch das Sturmzentrum übrig, wo es auch einen prozentual großen Umbruch geben wird, mit Blick auf die drei aktuellen Spieler. Mit Fabian Klos, Manuel Winzheimer und Henrik Koch. Fabian Klos ist ja als Kapitän weiterhin unglaublich wichtig, ist ja auch eigentlich der einzige nominelle Zweitligaspieler, der mit an Bord geblieben ist und mit seinen acht Toren und fünf Vorlagen auch einen durchaus wichtigen Anteil daran hat, dass man aktuell zumindest mal über dem Strich stehen kann. Es ist schon klar, Fabian Klos hört im Sommer auf und das ist vielleicht auch dann durchaus der richtige Zeitpunkt. Trotzdem ist für mich aber auch klar, wir brauchen natürlich dann einen neuen Stürmer, dass Fabian Klos schwer zu ersetzen ist. Denn er kniert, wenn er Trainer bleiben sollte, braucht auch einfach einen großgewachsenen Neuner, ist einfach für sein System ein ganz wichtiges Stilmittel und da hat eben Klos gut reingepasst und acht Tore machst du jetzt auch nicht mal einfach so. Somit braucht es hier einen neuen Top-Stürmer und den zu finden wird alles andere als einfach. Denn auch in der Kaderbreite hat dort Bielefeld jetzt nicht wirklich die guten Optionen. Manuel Winzheimer wurde ja ausgeliehen aus Nürnberg, war sowohl als Flügelspieler als auch als Stürmer im Einheits und konnte nie so richtig endgültig überzeugen und wird somit wieder gehen. Das heißt, wir brauchen hier auch einen zweiten neuen Stürmer. Hier ist einfach großer Bedarf, der dann auch ähnliche Qualitäten mitbringt. Mit Henrik Koch haben wir dann noch einen Top-Talent auf der Position, der gerade mal bei sechs kurzeinsetzenden Liga 2 spielt. Er ist aktuell, finde ich, auch noch ganz gut bei der U19 aufgehoben, ist ja auch eher ein kleinerer Stürmer, wodurch jetzt auch nicht perfekt reinpasst. Hier muss man dann entscheiden, macht es vielleicht Sinn, ihn zu verleihen in eine vierte Liga zum Beispiel, wo er einfach dann nochmal bessere Spielpraxis sammeln kann oder macht es Sinn, ihn zu behalten als Stürmer Nummer drei und parallel erst recht noch bei der U19 weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ein etwas wahrscheinliches Szenario. Aber im Sturm muss auf jeden Fall sich was verändern. Klos geht, Winsheimer sehr wahrscheinlich auch und da brauchst du wirklich zwei neue richtig gute Stürmer. Rein finanziell ist die Arminia jetzt auch nicht großartig gut aufgestellt. Das heißt, wenn es solche Umbrüche geben wird, wie im letzten Sommer, wie jetzt im kommenden Sommer, kann es auch mal ganz gut sein, wenn du verliehene Spieler hast, die du einfach so zurücknehmen kannst. Und dort haben wir hier Tom Gerkens und Christoph Verschepp. Gerkens ist ja auch einer, der im letzten Sommer gekommen ist und beim Neuaufbau helfen sollte. So richtig geklappt hat das aber in der Hinrunde nicht. Deswegen wurde er verliehen zu Wuppertal, hat dort allerdings ja nicht so richtig ankommen können, verletzungsbedingt, und könnte vielleicht aber den Kaderplatz von Marius Wörl einnehmen. Also ich denke schon, dass Gerkens erstmal eine neue Chance bekommen wird. Vielleicht wird er auch bei Wuppertal noch ein paar ganz gute Spiele machen können, wenn er eben dann wieder fit ist. Christoph Verschepp spielt aktuell auch in Liga 4 in Meppen, spielt dort eine richtig starke Saison mit 14 Toren und 8 Vorlagen und könnte somit auf jeden Fall mal in der Vorbereitung eine Chance kriegen, sich zu zeigen, ob es dann am Ende reichen wird für den Kaderplatz als Stürmer Nummer 2 oder vielleicht auch Stürmer Nummer 3, muss man dann eben gucken, aber eine neue Chance sollte man den beiden auf jeden Fall dann nochmal geben. Und in der Übersicht unserer Kaderplanung sehen wir auch dann nochmal, auf welchen Positionen Bielefeld Verstärkung benötigt. Da wäre zum einen das Tor mit einer neuen Nummer 1 und einer neuen Nummer 2 und zudem auch zwei neuen Stammspielen in der Verteidigung, Innenverteidigung und Linksverteidigung, plus möglicherweise auch dann ein weiterer Backup. Im Zentralmittelfeld könnte auf jeden Fall ein bisschen was passieren, aber auch nicht allzu viel. Wichtiger sind dort nochmal die Flügel und auch erst recht das Sturmzentrum. Über konkrete Transferideen, Transfervorschläge reden wir bald auch nochmal bei Amina Bielefeld, aber dann im Format 5 Transfers für. Hier geht es wie gesagt erstmal grundsätzlich um die Kaderplanung. Und diese Kaderplanung zeigt auch, dass der Kader möglicherweise in der Breite auf jeden Fall ganz okay ist, aber in der Spitze dringend neue Qualität benötigt. Und das sieht man ja auch sehr, sehr gut an der potenziellen Startelf. Wir hätten dann eben den Bedarf nach einer neuen Nummer 1. In der Abwehr wären für mich auf jeden Fall Lannert ganz klar gesetzt. Und Schneider, Großer, haben es okay gemacht. Da glaube ich, dass Großer etwas bessere Karten hat. Denn auch hier würde ich einen neuen Stamm in den Verteidiger holen. Genauso wie auf der linken Seite. Oppi, Oetschgaden, Schneider wären eben dann die Backups. Im Zentralmittelfeld musst du eben dann Wörl ersetzen. Wir hätten Corbus als Stammspieler. Schreck, der sich aber auch dann vielleicht durchsetzen kann. Plus eben Gerkens und Obermeier. Auf der 10er Position macht es Biancardi auf jeden Fall gut. Mitsuta, Bujelab haben wir noch dahinter. Auf den Flügeln glaube ich wirklich an Sachenrennbarsee, wenn er wieder fit ist. Schiebignowski hätten wir noch dahinter. Auf der linken Seite braucht es dann zwei Neuzugänge. Plus eben dann auch noch Kiewit. Sturmzentrum bräuchten wir auch einen neuen Top-Stürmer. Plus einen möglichen Backup. Und da muss man eben mal gucken, wie es mit Schep und Koch weitergehen wird. Also bei Bielefeld geht es weiter. Wenn man eben die Klasse halten sollte. Aber auch dann muss am Kader einiges passieren. Und logischerweise wäre es gut, diese Planungen auch schon jetzt vorantreiben zu können. Aber jetzt geht es eben erstmal nur um Ergebnisse rundherum irgendwie die Klasse zu halten. Ich hoffe, dass ich selber nochmal diese Saison zwei, dreimal auf der Alm sein werde. Und vielleicht auch dann nochmal ein paar Vlogs auf dem Kahn für Tide Football. Ansonsten freue ich mich auch hier immer wieder über Bielefeld zu sprechen. Und bin echt mal gespannt auf eure Meinung. Was denkt ihr? Welche Spieler sollten Bielefeld im Sommer verlassen? Auf welchen Positionen braucht es Verstärkung? Und wie sieht eure Startelf aus in der nächsten Saison? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare, wie auch weitere Vorschläge von Vereinen für dieses Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. Und bleibt am Ball. Und bleibt am Ball. Untertitelung des ZDF, 2020